In jedem Moment können wir auch um ihr Leben kämpfen! Sechs kippen die Grenze am wahren Feuer! So! Die Brede sind zerstört! An alle Einheiten in Reichweite! Achtung! General Clark hat ein Sprengkommando abgestellt! Stoßen Sie in der Nähe des Amphitheaters zu unseren Leuten! Okay! Machen wir doch Platz! So! Da ist doch noch jemand! Hi! Wachland? Geht nicht! Ach, das waren ja die... Das sind ja die Waffen, die nicht so... Ähm... ...deckung! Da rüber! Was ist denn? Deckung! Ich bin hinter dir! Ich bin hinter dir! Ich bin hinter dir! Ach, nö! Glaub ich nicht! Wo kam das denn hier? Weiter feuern! Lasst nicht locker! Och, nö! Feuer frei! Keine Gefangenen! Wir sind zu wenig! Haltet durch Männer! Wir müssen sie aufhalten! Wir sind zu wenig! Haltet durch Männer! Wir müssen sie aufhalten! Dann können sie aufhalten! Ich bin hinter dir. Dann soll sie aufhalten! so das war's, alle Mann zu mir wir haben ein Date mit einer 8-8 wir haben ein Date mit einer 8-8 wirklich klar mal wieder aufstehen hier vermute mal hier lang, wa wir kommen irgendwie nicht weiter das ist einer von uns, ok ah, warte mal so gut wir sind gestern gelandet General Clark hat mich und meine Männer hergeschickt, um die 8-8 zu markieren unsere Warhawks warten nur noch auf den Angriffsbefehl ihr Fallschirmjungs wisst, wie man kämpft macht ihr mit? Achtung, Granate! das wird ne tolle Party, garantiert rücken wir ab, los! so ich tefe schon noch mal ein bisschen Munition ey, ey, ey was ist das? was ist das? MG-43, die Treppe hoch wir müssen es umgehen angeht wir müssen wir müssen die wir müssen Nicht da? Ja, eher die. Hier ist nicht gut in Deckung, muss ich sagen. So, kommt da noch jemand, ist da noch jemand. Geht da hin. So. So, dann geht's mein Tutti, ist weg. Ein bisschen Muni wären nicht schlecht. Au. Inzwischen kann ich mich ziehen. Man. Granate. Nur noch Propaganda hier. Komm nicht nah genug ran. So, da legt er sich nieder. Da ist er nur, weil da sind nur noch mehr. Da ist typisch Feuergander. Da ist er. Ja, da ist er. So. Da ist er. Ja. Ja, einfach. So. Läuft ja. So. Irgendjemand hier. So. Und jetzt ist voll. Super. Ja. Würde ich sagen. Springen wir mal in die Scheißige in die Luft. So. Ne. Alles klar. Jetzt können die Wolks kommen. Da. Ja. Ich bin getroffen. Amerikaner nass. Brothers, nicht sie weg. Lauf. Da. Ja. Das ist unser. Dann waren unsere Männer an der Zerstörung einer Artillerie-Stellung beteiligt. Die Operation war ein voller Erfolg. Rom ist zum Greifen nah. Die Deutschen ziehen sich nach Norden zurück. Ich schätze, es wird Zeit, Französisch zu lernen. Was? Französisch? In Italien? Gut, Bronze Star? Nee. Soldier Medal? Haben wir hier noch... Haben wir einige... Aha, wir haben nicht alles. Schade auch. Ist das jetzt alles, was wir bekommen haben? Oder... Ah, das sind die Abzeichen, wa? Genau. Hier haben wir noch nicht voll. Okay. Thompson ist voll. Die MP40 ist auch voll. Jetzt fängt eigentlich nur die Grand. Gut, die machen wir noch voll. So, Treffer, Abschüsse. Kopfschüsse, 27. Global 62. Okay. Okay. Gut, fortsetzen. Mal sehen. Habt ihr nach Rom, oder wie? Nicht nach Rom. Ach, das meint er. Ah, ab nach Frankreich. Vor 30 Minuten liefen 6000 britische und amerikanische Schiffe aus englischen Häfen nach Frankreich aus. Das ist die Normandie, der nächste Schritt bei der Befreiung Europas. Um 0600 werden General Bartons Männer mit einem kleinen Schiff ungedeckt an Land gehen. Ihr Überleben hängt von ihnen ab. Die Navy kann unsere Landungstruppen erst nach der Neutralisierung einer Batterie deutscher Küstengeschütze unterstützen. Die Geschütze erhalten ihre Koordinaten von einer Bunkeranlage. Wir müssen den Funkverkehr des Feindes durch die Zerstörung dieser Radarantenne stören. Außerdem muss der Beobachtungsturm weg. Wenn der Feind erst einmal blind und taub ist, hat er keine Chance mehr. S2 und S3 gehen davon aus, dass wir auf feindliche Panzer stoßen werden. Wir werfen deshalb in der Nähe der Landezone M18-Pakete ab. Meine Herren, Sie spielen eine wichtige Rolle beim Sturz der deutschen Tyrannen. Viel Glück! Gut, da ist die Safe Zone. Okay. Mehr kann ich jetzt auch gar nicht sehen, wa? Irgendwie Bunker, Beobachtung, Bunkeranlage. Alles klar. So, die Grand lassen wir. Da fehlt uns nur eins. Wieso habe ich denn jetzt die hier? Hm, die Thompson haben wir hier noch. Könnten wir eigentlich auch nehmen. Thompson ist ja voll. Die ist auch voll. Nehmen wir die G43. Warte mal, machen wir... Stopp mal. Die Grand und die G43. So, Pistole. Könnte man auch mal machen. So, gut. Dann probieren wir es mal aus. Gewehr 43. Okay. Verbrechhaft. Spüren wir wieder. Alle klar. Ziehen. Könnte ich. Da ist Brennpenner. JB, der linke Motor ist ausgefallen. Schatten wir es zurück nach England. Vor der Absprungzone unmöglich. Ja, ich würde sagen, wir stürzen ab. Das war ganz schnell einklinken. Na gut. Ey, springt. Anfangen wir es nicht. Ich glaube, wir wollen die mich verarschen. Bewehrung, 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 Bewehrung. Wie geil, wie geil. So. Gucken wir mal. Da ist die... Da ist die Bändezone. Ach, das ist die Bändezone. hinten noch. So. Alles mit? Was? Panzer? Ich muss mich verarschen. Ich weiß nicht, was ich in der Fall war, was ich in der Fall war. Untertitelung des ZDF, 2020 Da ist ne Granate Na komm Ist nichts Ja fang mal Ja Ja Ich seh sie Ja 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 Jetzt haben wir Granaten mehr vor oder was? Jetzt haben wir einen Granaten mehr vor, jutsch! Hallo! Alter, der war hinter uns? Naja, da will ich jetzt gerade nicht landen, dann sind wir einfach hier. Da muss man gar nicht landen. Geht da! An alle Einheiten, der Beobachtungsturm ist immer noch aktiv. Alle Einheiten sind angewiesen, den Turm zu räumen und zu sichern. Geht da! 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 Ah, ist der Schock gekommen oder was? Kommt schon! Mein Feuer ist im Krieg! Oh Mann! Ich brauche mehr Munition! Halt mich endlich! Amerika! Gehen vorwärts! Zitikern verhalten! Wo wie tief? Drücke vor! Der Schmuck! Ich bin der Fall! Acht! Wex dich! Abassen! Ich bin der Fall! Ich bin der Fall! Ich bin der Fall! Auf בר Spiele! Ich bin der Fall! Oh, er ist noch da. Halt Maul halten, die kämpft auch schon, Mensch. So, jetzt, so. Da haben wir noch mal. Ja. Ja. Ja.